Die Universitätsbibliothek Mannheim zählt mit ihren 2,6 Millionen Medien zu den größten Bibliotheken in Baden-Württemberg und bietet die Informations- und Forschungsinfrastruktur für Wissenschaft, Lehre und Studium für eine ganze Region – analog und digital. Neben aktueller Literatur beherbergt die OB auch etwa 50.000 alte Drucke sowie zahlreiche Zeitschriften und Zeitungen aus den vergangenen Jahrhunderten. Der Deutsche Reichsanzeiger und Preußische Staatsanzeiger ist eine dieser Zeitungen. Der Reichsanzeiger erschien bis in das Jahr 1945 als amtliches Presseorgan des Deutschen Reichs und enthält sowohl einen amtlichen Teil als auch einen nicht-amtlichen Teil mit Berichten zu Kunst und Kultur aus Wissenschaft und Technik sowie Nachrichten aus der ganzen Welt. In einem durch die deutsche Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt wurden rund 700.000 Seiten des Reichsanzeigers digitalisiert. Im Anschluss wurde die Zeitung mittels OCR-Software als Volltext erschlossen und der Öffentlichkeit frei zur Verfügung gestellt. In der digitalen Sammlung der Universitätsbibliothek können die einzelnen Ausgaben des Reichsanzeigers begutachtet, gelesen oder heruntergeladen werden. Auch alle Volltexte stehen hier zur Ansicht und zum Download frei zur Verfügung. Abonnieren Abonnieren Untertitelung des ZDF, 2020